Passt. Zerstört. Also sehe ich das richtig, dass dieses Gottheimzeug nur für Boss Rematches und Boss Rush da ist? Die Zerstört wurde auf dem Kopf und die Kaste für die Dreibe. Als ich das meine ihre Nachdenkliche habe, dann muss ich nicht 세�mal ein Rennchen. Jetzt kommt noch ein Rennchen. Esse ist auch wieder auf dem Kopf. Das ist doch auch ein Rennchen-Scher. Wie hieß der eigentlich? Bösartiger Gott der Hoheitsgebiete. Einsamer Gott des Nestes. Einsamer Gott des Nestes. Wütender Gott der Unterdrückten. Wütender Gott des Nestes. Den kann ich scheinbar sogar umstellen. Hass erfüllt, Herr Gott der Reue. Vielleicht sollte ich den jetzt nicht machen, aber hey. Dann will man sich nur mal die Seele aus dem Leih pusten und kriegt aufs Mull. Dann muss ich den Wüggen. Okay, warte, jetzt ist es nochmal richtig So Das war's für heute. Das war's für heute. Ich nehme mir auch an, das zählt alles nicht zu den Prozenten. Ich habe irgendwo noch ein Prozent gekriegt. Weghüterin Hornet, Schutzgott eines schwindenden Landes. Das war's für heute. Hier sind also alle Bossgegner Götter. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh der ist groß Ach, gewaltiger Moosstürmer, ruheloser Gott derer die sich zusammentun Den ist auch nichts mehr eingefallen oder? Oh der ist großartig ist großartig? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, wodurch könnten jetzt die anderen 3% noch kommen? Ich habe das ganze Journal Aber scheinbar auch nicht wirklich, weil hier auch welche sind, die Erst später dazu kommen oder sogar optional sind Brüder des Nagels vom Großmeister der Nagelkunst im Kampf unterrichtet O Götter dem Nagel verfallen, O Brüder, Behüter der Schwachen, O Meister der Heiligen Hallen Lasset den reinen Gott erwachen Gebet an die Meister Okay Die sind scheinbar so krass, dass sogar die Götter zu ihnen hinbeten Und hier ist der Hollow Knight Ausgewachsenes Gefäß, das das Herz der Seuche in seinem Körper trägt Der alte König von Highlandsnest Er muss sich verzweifelt gewünscht haben Seine kleine Welt vor dem Untergang zu bewahren Die Opfer, die er anderen aufgezwungen hat All das für nichts Tja, RIP All das für nichts All das für nichts Die Sache ist halt, ich glaube, dass die Teile hier auch mit zu den Prozenten zählen Wisst ihr was, wir machen die 112 Prozent irgendwann anders Bringt auf jeden Fall mehr als hier rum zu rätseln, was zu den Prozenten zählt und was nicht Und wir haben immerhin noch Den Sinn des heutigen Streamtitels nachzukommen Und es zumindest zu versuchen Ich nehme mir mal nicht an, dass man dafür 112 Prozent braucht Ich hätte mir einfach noch was anderes machen können Aber das kann ich ja immer noch machen Nämlich ich habe mich bei einigen Sachen gefragt, warum sie so seltsam aussehen Um damit was machen zu können, braucht man den hier Hallo Diese Talismanne, dieser Geruch So, so viel Ich möchte, ja Ich weiß jetzt, wo du bist Über mir Weit über mir Aber ich weiß, wohin ich muss Ich werde kommen Versuch dich nicht vor mir zu verstecken Um 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 Okay Um 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 Also auf dem Video finden wir zumindest einen davon. Wo der erste ist? Keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich eine Ahnung. Ich glaube, ich bin eben darauf vorbeigegangen. So, hier. Die kann man nur anschauen, wenn man den Talisman dabei hat. Das habe ich gelernt. Diese Grenze wehrt der kriechenden, kratzenden Wesen. Ihr toter Vater, einst hochgeboren. Ihre versiegelte Butter, nichts als eine Bestie. Mit ihnen schließen wir keinen Frieden. Wir haben über einen der Träumer geredet. Ich weiß nur nicht. Also wahrscheinlich das Volk von den Spinnviechern und von den Mantis-Leuten. Was höre ich da? Ist da einer an der Stelle, wo vorher Cornifer war? Würm beherrscht die Käferwelt, bis Zeit vergeht und reicht zerfällt. Hüte und Panzer, lang vergangen. Doch Meisterpilz bleibt unbefangen. Schön, dass du deinem Freund helfen konntest. Du hast also keinen Hunger mehr? Ja, das nenne ich Appetit. Ich war beeindruckt. Trotzdem, früher oder später geht das Leben weiter. Hat es vielleicht noch Großes mit uns vor? So viel kann in so kurzer Zeit erreicht werden. Oh, entschuldige. Hallo? Was bist du? Was bist du? Das Wichtigste ist, hast du mir ein Prozent gegeben? Nein. Ich will Prozente. Ja, und hier ist das andere Ding. Vorsichtig akzeptieren wir den Willen des Wyrum. Seine Voraussicht schützt uns. Schicksal und Zukunft werden wir miteinander verflechten. Nice. Damit kann ich ungefähr so viel anfangen, wie mit... Genau. Was ich mich jetzt frage, kann ich diesen Pilz auch noch an anderen Stellen treffen? Und bringt mir das was? Das ist er jedenfalls nicht. Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Kontakt, wie ich mich jetzt esse wieder rauskomme. Ich bin ja immer fern. Wiegeizelt. Ich bin ja immer ein paar ein paar hm. Ich bin ja immer ein paar Leute. Ich bin ja immer ein bisschen interessiert. Ich bin ja immer ein paar Leute, die... Ich bin ja nicht irgendwie... Ich bin doch ein paar Leute an... Und was ich mich... Ich bin ja, ich bin ja auch wieder. Und was ich bin ja nicht draufkommit. Ich bin ja auch noch ein paar Dinge. Vielen Dank.